Hey, ich bin Jeannette, Projektleiterin für Salesforce-Projekte seit anderthalb Jahren. Und ich bin Daniel, bin Projektleiter in Salesforce Integration Services und seit 2012 in der MS. Couch-Protäter. Cardi-Löwe. Mein Besuch. Standard. Nochmal meine Frau. Ich würde gerne die Sängerin Pink treffen. Süßigkeiten. Tatsächlich Nachrichten. Auswertsessen. Beides. Wenn aber draußen die Sonne scheint, gehe ich gerne essen. Beta-Planband. Hm. Natürlich sein. Und ehrlich.